Da sind wir wieder mal aus der Hermannstraße 141 und ich habe hier dieses, also wirklich außerordentlich, also fast unbeschreiblich gutes, total demoliertes Teil restauriert. Perlgold, eine genaue Bezeichnung weiß ich nicht, hatte einen Deckenriss und alles musste neu justiert werden und und und, viel Arbeit, aber und hat jetzt einen Bartolini-Ton abnehmen. Perlgold, eine genaue Bezeichnung weiß ich nicht, hat einen Deckenriss und alles musste neu justiert werden und das ganze Bezeichnung weiß ich nicht, wie ich nicht, hat einen Deckenriss und alles musste neu justiert werden. Perlgold, eine genaue Bezeichnung weiß ich nicht, hat einen Deckenriss und alles musste neu justiert werden. Sie klingt so fantastisch, sie lässt sich so gut spielen, am besten ist es wirklich... Ihr schaut mal vorbei... Super Teil, macht uns ein Angebot. Mehr wissen Sie jetzt nicht... Mehr wissen Sie jetzt, es geht nicht... ... ... ... ... ... ... ...